Fifty Languages Eighty-eight Achtundachtzig Achtundachtzig Past Tense of Modal Verbs, two Vergangenheit der Modalverben, zwei Vergangenheit der Modalverben, zwei Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen Sie wollten nicht ins Bett gehen Sie wollten nicht ins Bett gehen Er durfte kein Eis essen Er durfte kein Eis essen Er durfte keine Schokolade essen Er durfte keine Schokolade essen Er durfte keine Bonbons essen Er durfte keine Bonbons essen Ich durfte mir etwas wünschen Ich durfte mir etwas wünschen Ich durfte mir etwas wünschen Ich durfte mir ein Kleid kaufen Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Ich durfte mir eine Praline nehmen. Durftest du im Flugzeug rauchen? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? Were you allowed to take the dog into the hotel? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? During the holidays, the children were allowed to remain outside late. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. Sie durften lange im Hof spielen. Sie durften lange im Hof spielen. They were allowed to stay up late. Sie durften lange auf dem Hof spielen.